Ja, da kommen wir echt runter. Hier ist ne Kiste, what the fuck? Hey, hier ist keine Kiste, ich wollte nur runterspringen. Ziemlich nötig. Ja, was Let's Play künstlich in die Länge ziehen, kennste doch. No, die ist echt leer. Ich geh mal zum Aufzug, ne? Ja, ich such grad nen Weg nach oben. Ich muss sagen, das Ding ist geil, der Ball. Ah, genau. Boah, Alter, ich hab letztens so gefeiert. Ähm, hast du in Penelope geguckt? Digger, kommst du mal ran? Hm. Supernatural geguckt und da ist einer der Höllenkönig, ne? Und der hat ein Handy. Ich hör dich nicht. Rate mal, was für Klingelton der hatte. Julian? Ja, was? In Supernatural, der König der Hölle. Rate mal, was für Klingelton der hat. Ich höre dich immer noch nicht. Boah, Alter, mach halt den, mach halt den, den Schieß-Sound leiser. Das ist voll nicht schwer, ey. Oh, Leute. Oh, komm, ey. Oh, Leute. Mann! Ich weiß nicht, Nico. Was? Boah, hör mal auf zu verrecken, ey. Das ist mein Job. Ja, jetzt räumen wir eben auf. Ja, da hinten kommen ein paar Freunde. Mach dich schnell fertig, ne? Ich bin tot. Dann halt nicht, ne? Ging wohl doch zu schnell. Ah, Mensch, Gary, wie viel hab ich denn noch? 240. 220. Du musst Mortar zur Weißglut bringen, damit der Weißglut runterkommt. Der Boom-Bringer! Mortars heiß geliebter Copter! Finde ihn! Alter. Ich weiß, hab ich immer so ein Retard-Auftragsgeber. Nico? Weil das an uns liegt. Ich hab gleich einen Erfolg freigeschalten. Teile eine Million Lebenspunkte. Okay. Ich hab dich sicher nicht an mir selbst geheilt. Hm. Wohl nicht. Ah, da kommen Erinnerungen hoch. Als ich das letzte Mal hier war, hatte ich Tiny Tina im Schlepptau, die Granaten auf die Short-Hoof-Banditen warf, während ich sie zu matt sprügelte. Die haben vielleicht dumm geschaut. Ha, 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 ha. Oh, hab ich damals ne Menge Leute gegählt. Nett! Schöne Erinnerungen. Da kommen wir. Hau, ha, ha, ha. Ich denk bitte mal drüber nach, dass Roland's Training und seine Erfahrung nutzlos waren, als er mich traf. Und frag dich dann, wenn ich den weisen Anführer der Crimson Raiders töten konnte, ohne einen Schweißtropfen zu vergießen. Mein Telefon. Alles klar. Leute, der ist durch die Band, durch die Wand gepackt. Mann! Zu viele! Weg mit dir! Dir auch! Zum Glück verpasst Julia nichts, die Faule Sau. weg muss ich hoch lass mich überlegen er in ruhe meine fresse weg gezeigt obwohl ich den ich gebraucht hatte schön wie du dann aber permanent telefoniert ne haut voll rein jetzt hat er mich wieder da zehn minuten sind circa zwei sekunden ja ich habe vergessen mein mikrofon das mikrofon gemütet hat zum glück vergisst du es nicht oft nach fünf minuten ach so leute ich habe vergessen mein mikrofon deswegen ich habe schon seit zehn minuten alles klar